so oder geht es in der liga und wir wollen natürlich nach oben wieder ein bisschen nach der knapp und wo es gibt es gegen dresden heute gegen dynamo dresden das ist jetzt die tabelle sechste ich werde das bisschen was tun ich müsste gerade als bisschen umbauen ich werde mal war ja eine kleine chance von anfang an geben so probieren wir mal ein bisschen durch ist halt leider manchmal so dass es halt was da geben muss und die gibt es jetzt vier wechsel da war machen wir über der letzte spiel vier wechsel dann machen wir mal vorziehen ja gut liebe fußballfreunde ich möchte sie sehr herzlich begrüßen zu dieser partie und heute freuen wir uns auf eine partie aus der liga das dürfte ein tolles spiel werden also ich freue mich auf dieses spiel ich glaube das wird unterhaltsam das wird hochklassig das wäre hoffentlich erfolgreich das wäre immer wichtig ich glaube da ist jemand der so ein spiel entscheiden kann was erwartest du ich habe mir bewusst ein bisschen umgebaut gegen dresden weil jetzt nicht schon wieder so gegen tor ging zur flut in den ersten minuten das ist doch passiert ja wir haben es ja gesehen die bewegung zurück aus dem abseits raus das hat nicht ganz gereicht war alles in allem ein eher misslung nagen klasse durch die war ja das ist die zweite große situation bei reuter ja bei 1 0 für uns zu gehen dann früher für uns zu gehen das was sie jetzt wir haben zuletzt auswärts verloren das soll heute ganz anders werden das ist halt einfach bei dieser zwei zu drei niederlage aber das ist natürlich drin in den köpfen könnte auch heute schwer werden das ist leider habe alles beim torwart das ist ja der welt 6000 dresden da ist der ballverlust sterne haben wir sind da läuft gute situation so und wieder verhinderte keeper also ein bisschen die dresden weil man das muss in führung geht jetzt ein lieber weniger und sie müssen jetzt ein bisschen aufpassen weil nicht dass sie dann hin und die mit dem ding fangen oder so weil sie müssen sich starke die situation ein bisschen im griff meyer guter steil passiert george spiel für eckloff leute von der vergangenen und wieder ist der keeper halt da was von dem was für den extra hier gerade jetzt so viel mehr mal drei vier mal in folge der der welt ist vielleicht über außen kommen sieht gut aus wirklich ein guter schuss da bist du bist der firma wir müssen jetzt noch ein bisschen dran denken ich will das dinge natürlich gewinnen heute der keeper hat mir werdet ihr heute nicht verweifeln kommen den 16 da ist der ball erst mal raus da sind sie da guter block und der kinder für das spiel klare situation chance hier einzeln in führung zu gehen und er verziehen heute ist heute ist der keeper nicht zuverwinden zumindest nach 33 minuten noch nicht an spielstationen werden da machen sie sehr gut das ist nicht wahr es ist nicht wahr du hast fünf sechs riesen dinge da vorne gegner dreht nur auf jeden auf 0 1 du verschießt den elfmeter und quasi im gegenzug gibt es das 0 1 da kommt das tor noch mal und wir sind ehrlich es ist ein überraschendes tor also ich habe eher gedacht wenn tor fällt dann auf der anderen seite sie leben noch sie sind jetzt also in führung 1 0 das spiel hat soll ich ja der hat doch nur geld und schenken es gibt die gelbe karte und weil es immer so hat er natürlich nicht das ist auch frust das ist mehrjähriger frust das hat auch das geld und wenn auch rot geben sie haben da platz auf dem flügel das war richtig knapp ja das sah gut aus da wäre fast der ausgleich gefallen also hier ist es eigentlich gut spiel auf mein tor es ist die gäste legen wir glauben was den ballbesitz angeht aber wir wissen natürlich ball besitzt ist nicht alles sehen wir auch am ergebnis du musst aus dem ball besitzen du hast einfach was machen jetzt lassen sie sie wieder kommen die nächste offensive könnte er auch gleich jetzt ist er drehen und das ist das ganz so verdiente ein zeit ja dort und mittelbar vor der pause fällt jedoch noch der ausgleich ein wichtiges tor also 1 2 1 2 verdiente führung ja der verdiente das ist auch verdient ganz kurze nachspielzeit nur eine minute gibt es hier zusätzlich kutschke so kurze pause das haben sich die mannschaften auch verdient die erste spielhälfte ist zu ende naja ja der geht dazwischen der wird dann gerade und geht auch dazwischen leben die aus jetzt wird es gefährlich da ist die flanke situation ganz starke spiel leute den treffer wollte er einfach sie sind es ist ihm komplett egal setzt sich durch dreht und der keeper kann nichts machen schön durch die beide verteidiger dort und diesmal war der keeper macht los zum zweiten mal also jan george mit dem 2 1 für die vereinigung bayreuth sehr schön jetzt gibt es ein mit dresden habe ich auch mal den play gemacht bei fifa ist 21 19 außen ist durchaus platz für dresden ja nein das ist das 2 2 2 kutschke und das ist die zweite schuss für dresden und sie sitzt und das ist halt das problem es ist halt eine spitzmannschaft das ist zum kotzen gerade und wieder einmal schluck 2 gegen 2 zu 0 ist nicht aber guter keeper ist halt wie gesagt auch gerade 17 alles wieder hoffen hier 2 2 dodge meyer meyer kommt nicht durch der belgier und jetzt haben sie den ball doch verloren so und jetzt sind hier noch kutschke sie trainieren viel mit dem ball und das sieht man hier auch in dieser szene technisch von allem große klasse so langsam wird es gefährlich aber ja die fans sehen es genauso armloser abschluss einfach für den torhüter blacho dimos jetzt könnte dynamo dresden vielleicht über außen kommen und dann der ball und dann der ball das ist jetzt eine chance gefährlich immer doch ja egal das sollte eigentlich gefährlich werden aber das ist egal 3 1 2 2 oh yes noch mal das tor in der wiederholung sie zieht ich wollte eigentlich verlaufen weil ich auf limos gehen wollte aber dann lege ich ihn quer rein da steckt mir gerade noch vor als nächstes spieler ich hoffe jetzt noch mit raus sieht ganz danach aus wolf in wenigen minuten ist hier schluss und sie haben die führung das hätte man doch nicht erwartet dass die klassen ich sage es jetzt nicht bis vor ich kenne sowas solche dinge ist das heißt einfach okay das holste drehblink geht weiter die afwehr findet einfach freistoß vielleicht sogar noch eine karte und jetzt werden sie wechseln lieber für andresen meyer kutschke so sie kann bitte nicht ja ich feier es gerade Lindyors raus jetzt mal bergerei es wäre ja abwärts gewesen aber es ist egal man feiert es gerade so ein bisschen hat riesen das darf nicht sein jetzt kann das tor fallen ist er stark kein tor aber abseits wir schauen rüber an die linie fahren also völlig zu rechts ging sofort hoch alles korrekt gesehen so war ja der kommt jetzt raus der vier betrieb da vorne gemacht da haben sie den ball gut gemacht und dazwischen gestellt das hauptmann das hauptmann nicht damit dieser pass findet sein ziel nicht leider noch nichts das hauptmann das hauptmann die dränge auf den ausgleich aber die zeit läuft ihnen davon er ist frei da kann was draus werden kutschke er kann abwehren aber der ball weiter im spiel und das ist doch und das ist doch ja nun steht es fest in seiner heutige leistung dreierpack aber es will man denn mehr ein riesen spiel drei zu zwei mann der außenseite die abwehr versucht viel aber den kopfball hat er klasse gemacht ja nicht einfach denn der war wirklich gut wir haben sogar noch der winter verschossen also durchaus hätte das ding auch doch gewinnen können vielen dank dass sie für ein kurzes statement zu uns gekommen sind ja ich habe auch ein bisschen die jüngere gefruchtet leistung definitiv und dann muss es so sehen wir waren wirklich die bessere manche schritte vielen dank für diese statement ja ob wir haben gewonnen so gut dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder und dann gibt es weiter in der liga aber das war es hier weiter geht dann so gut in der nächsten folge geht es weiter das kann ich wenn wir leider sich vertreten dürfen aber wir sind wieder so ein bisschen drin in der saison wir sind noch ein putter den zweiten nächste gegen das freiburg ok das war die zweite vom beste freiburg sehen wir uns dann in der nächsten folge an bis zum tschau bis zum tschau tschau b Untertitelung des ZDF für funk, 2017